Ja, als ob ich da Bock drauf hätte, hier. Na, aufpassen, dass wir haben, wenn ich nicht erwischt. Hier ist jetzt dem Lachs Sniper. So, schön. So, muss das funktionieren. Und damit kann ich mir auch schon wieder acht mehr holen. Jetzt die Frage, was? Tja. Wenn die die ganze Zeit am Schaden-Skillen sind. So, Level 16. Oh, 19 ist der Beste bei uns. Aber, ich kriege mal hin, wenn ich da gleich zum Glück. Wo denn? Oh, mein Kopf trifft er nicht. Ja, ich sehe dich. Oh, was ist denn das denn hier? Drei Sniper-Noobs hinten. Drei Vollidioten einfach nur hinten an einem Dingscheiß drin. Was ist denn der Sack? 55. Alle haben das in Geschwindigkeit gesteckt. Scheint wohl was zu bringen. Na, wenn man sieht, wie die flitzen, das bringt schon was. Was kann man in der Geschwindigkeit da kommen. Tja. Dann will auch ich mal. Was zum? Scheiße. Ah, so viel Leben war es nicht. Weißt du was? Rufen wir den Helikopter. Ah, ich höre ihn ja. Ah, ich habe den Sound ja ausgemacht. Da hört man den Heli ja gar nicht. Deswegen. Okay. Und scheiße. Der snipet mich noch weg. Ist ja klar. Ah, Mann. Ich hoffe, ich habe den anderen die nötige Ablenkung gegeben. Um da... Irgendwie... Es will ihn zu erwischen, das wäre natürlich gut. Aber... Ich glaube, wir haben ihn wieder. Da hier. Hm. Verrückte Scheiße. Überall Sniper. Da kannst du das Spiel ja gerne mehr machen. Ist ja echt... Kannst du ja gar nicht mehr richtig spielen. So. Wieder ein bisschen tanken, damit das besser läuft und... Was soll denn hier überhaupt... Da sind wieder normale... Äh... Fischer. Der Mieker hat auch ein Heli geschickt. Oh, da scheint keiner dran zu sein. Hm. Was? Go end this game. Schicke Ansage. Sniper, watch out! Reloading. Ja. Sniper, watch out! Mhm. Reloading. Reloading. Gott, wie die rennen alle. Ja, 50 hat er schon auf Speed gesetzt. Als Sniper natürlich. Mist. So ein Mist. So ein Mist. Hm. Okay. Ich glaube, ich habe da anscheinend eher weniger was angerichtet. Also mehr Schaden. Die ganzen Flüsse ging aber auch... Konto von der anderen. Hm. Wollen wir doch mal sehen, ob ich mit 51 Schaden... ...mich irgendwas irgendwie mit dem ich einen Tower ausrichten kann. Wenn da... ...mich so unheimlich wäre. Aber den kriege ich auch noch. ...die Objekt-Defense failed. ...mich was? The? Oh, Mann. Hm. Oh, Mann. Ja, Noob-Team. Wenn ihr da mit Snipern ankommt. Ja, sicher. Ich hatte ja schon beim ersten Mal gewundert, dass da Sniper drin war, wo ich per Zufall mal in dem Raum drin war. Aber... Oh. Ich habe mal Reward. Warum habe ich nicht Reward? Scheiße. Bulldog Spray. Was auch immer. Brauche ich gar nicht. Gibt es hier immer so ein... ...drei Spiele und dann gibt es was oder wie? So, dann wohl kein Hero. Dann wohl eher... ...hardcore. Aber vorher gehe ich nochmal aufs Klo. Und... ...bis gleich, ja. ...einen... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann gerade mal hier gucken im Internet. Ich kann ja mal gucken, Hardcore, ob da was gibt. Achso, da muss ich ja nochmal... Genau, da brauche ich ja die. Gehe ich mal auf Ready, ich höre ja dann, wenn das umspringt. Ah, was changet der denn so viele Optionen hier? Ich meine, es stört mich gerade nicht, aber eigentlich will ich dann auch mit mehr Leuten... Ich meine, bravo. Das will ich bestimmt auch mehr finden. Schon wieder der... Durchsucht der dann alles? Hä? Gibt's kein anderes Hardcore? Warte mal, ne Buddy? Gibt's hier nix anderes als den Kerl in seinem einzelnen Raum, der die hat's halt... Ach, Mann. Also kein... Dings... Was hatten wir? Party war noch... Moment, was war Party? Hexer und... Manhunt. Achso, ja, brauche ich ja nicht mehr. Ach, dann gehe ich mal hier rein. Na. Ah, je, auf, auf, Dings. Difficult. Oh, okay. Okay. Und sie gehen alle raus. Was? Das ist ein Blödsinn. Hm, 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 hm. Tja, hier scheint wohl einer nicht starten zu wollen. Gehen wir nochmal raus. Running Game. Difficulty AI easy. Easy. Dann muss ich mal gucken, ob ich die richtigen Spieler raussuchen kann. Ah, Moment. Jetzt habe ich ja... Na gut. Gut. Bot, okay. Waren? Ja, gut, ist schon klar, dass die mit, äh, schweren Waffen auch schweren Schaden auswirken. Redshot. Schön. Ich habe einen richtigen Spieler gekillt. Das war auch immer, wenn ich den die ganze Zeit jetzt kriege. Gut, es gibt ja auch noch... Jetzt blockt mich nicht, du Arschweige. Ist doch unglaublich. Steht ihr da und blockt mich? Steht... Die liegt schon nicht vorbei. Na gut. Wollen wir mal sehen, ob wir hier vielleicht... Huh. Nice. Ah, er ist wieder hochgegangen, okay. Das sah jetzt gerade komisch aus, als hätte die sich um die Kugel drum herum gebogen. Ach man, das Ding ist einfach ein bisschen zu hoch. Hm, Bauchtreffer. Ich ziele falsch. Oh klar. Schöner Headshot. Tango down. Ja. Ja. Ja.